Willkommen zu meiner spoilerfreien Filmkritik zu Edison. Worum geht es in diesem Film? Wir sehen die Rivalität zwischen Thomas Edison und George Westinghouse, mit ihren beiden Technologien Strom zu generieren, womit das Land versorgt werden soll, um Licht ins Dunkel zu bringen. Wie ist das Ganze umgesetzt? Wir haben hier ein Drama, die Geschichte ist von wahren Begebenheiten inspiriert. Es ist eine interessante Story, die mir allerdings persönlich bisher unbekannt war. Somit kann ich die Originaltreue der Story nicht bewerten. Ich kann allerdings sagen, es ist eine sehr unterhaltsame Umsetzung, die mich an den Film fesseln konnte und ich stets wissen wollte, wie es jetzt weitergeht. Edison, Westinghouse und auch Nikola Tesla spielen hier eine Rolle. Es sind alle drei stark umgesetzte Charaktere, die ihre Faszination voll entfalten können. Wie ist die technische Umsetzung? Ich habe Edison über Amazon Video gesehen. Der Film liegt im 21 zu 9 Bildformat vor. Er entspricht einer guten Streamingqualität mit minimaler Artefaktbildung in dunklen Bildbereichen, die allerdings auch nur vereinzelt auftritt. Der Ton ist von guter Dynamik, stimmig und räumlich umgesetzt. Viele kleine Details werden mit geschicktem Einsatz der Surround-Lore-Sprecher so umgesetzt, dass eine sehr dichte Atmosphäre geschaffen wird. Etwas wenig Brillanz hingegen konnte ich im Hochton vernehmen, was insbesondere im Anbetracht der sonstigen guten tonalen Umsetzung wirklich aufgefallen ist. Kommen wir zum Fazit. Edison erzählt eine spannende und unterhaltsame Geschichte, die ein angenehmes Erzähltempo mitbringt. Von mir bekommt Edison vier Sterne, da hier Geschichte zum Leben erweckt wird und der Abspann gefühlt etwas zu früh über die Leinwand flimmerte, da ich der Geschichte gerne weiter gefolgt wäre. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Je nach freier Zeit gucke ich mehr oder weniger Filme, meist über die bekannten Videodienste Amazon Video und Netflix. Wenn ihr nicht verpassen wollt, welche Filme sich lohnen, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, welche Filme sich lohnen,